Ja, okay, kann man nicht machen. Der Langzeit war 137, 5, 1. Der Langzeit war 156, 6, 1, 0. Sektor on time is good. Sektor on time is good. So, again there. So, technically. We can explain why we have to load the routes. You've just done a 156. As I had a new game, and I looked at the race department, I didn't know how the whole structure was built. And I just allowed the routes. And there was a new update, plus a new skin pack. And I just didn't know that it was so. And now I have the route completely done. With all of them. With updates, new things, and skins and so. And that was I didn't know. And that was I didn't know. I got the new version, that the new version is, plus the new skin. And that was I didn't know. ... 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 Ich muss davon aufgehen, oder? Weiß ich nicht. Versuch mich auch mal am 488 GT3, ne? Um was zu fahren. Ich hab dein Porsche auch drin. Ich hab alle GT3s drin, die wir jemals getestet haben fast. Also die neuen. Das Problem ist... Das ist ein scheiß Ladescreen. Hast du vorhin zugehört, was ich gesagt hab? Ja. Hast du zugehört? Technik? Formula 1 2022. Ich hab gesagt, wer Technik in den Ladescreen sieht dann wieder durch. Du sagst, das ist scheiß Ladescreen ist das. Ja. Genauso kam es gerade. Aber ich... Das ist halt der aktuellste Skin. Und der ist halt so. Von dem. Ich wollte es noch ändern, aber das war dann auch so doof. Das ist was das Problem ist mit diesem Missing Content hier. Technik. Du musst zwei verschiedene Sachen laden. Du musst die Strecke laden, dann musst du den Skinpack laden und das Update laden. Das gibt's nicht so komplett. Weißt du, so wie ich's jetzt hab. Aber das gibt's halt nicht so im Internet. Und ich weiß nicht, ob ich einen Link bestimmen kann, dass er vom Google Drive lädt. Ich glaube schon, ja. Es sind halt drei Sachen brauchst du. Strecke, Update und Skinpack. Vielleicht sogar noch mehr Sachen. Ich hab' keine Ahnung. Du bist der Server Master. Machst du schon irgendwie. Ich fahr' nur. Du bist der Server Master. Ich hab' einfach nur das Geringste gemacht, was geht, damit wir starten können. Tust dich hier rein, Fuchs. Ich hoffe, dass ich davon lernen kann. Ich hab' schon seit, weiß ich nicht, einer Woche, eineinhalb Wochen gefragt, dass wir das mal testen alles. Ja. Ja. Da kommt ja nichts. Du war' nur alleine mal eine Runde. Äh... Vergleich. Ja. So mit Zeiten aussieht. Und... Was ist ich denn hier in dem Wachstum X? Ich hab' doch wieder den... 95 Runden. Du hast dann zwölf Stunden Training, äh, Technik. So, aus Frankfurt. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Die ist ja auch verändert worden. Weißt du nicht wann du zuletzt gespielt hast die? Ja, aber in der Regel ändern die ja nicht komplett alles, oder? Sondern da ist ja... Also, ich bin, glaube ich, irgendwann mal eine Strecke gefahren. Das ist schon... Einiges anders. Bei Australien haben sie ja auch viel geändert. Das ist ja total krass. Hab' ich nie gedacht, dass man sowas ändern kann. Die ganzen... Dritte Sekte, Zweite Sekte ist weg. Bin ich sicher, oder war's im Anderen? Eine Kurve wird hier in Formel 1 gefahren. Bitte? Mit so einer steilen Kurve, Adi, lieber Formel 1. Das kann sein. Sie haben's ja hier... Sie haben's ja auch hier aufgeschüttet, wieder neu. Auch die starten viel davor. Ich muss da nachher mal nachschauen. Das gibt die auf jeden Fall in... Es ist halt... In... ACC... Gibt's die auch. Und die ist halt nicht so steil, hab' ich mir seltsam gesagt. Aber in ACC ist halt immer alles anders, als in allen anderen Spielen. Bis jetzt. Also... Aber das ist ja das Maße der Dinge. Von daher... Muss das ja auch richtig sein. Das war so ein Scheinleser gescannt, meinst du? Oh, wilde Strecke. Dass dem Jens die Strecke gefällt. Und... Ich... Ich find's krass... Das ist auch schön. Wir haben so viele Strecken geübt und ich kann von keiner einzigen hier profitieren. Weil die... Deswegen hab' ich sie auch genommen, weil es ein komplett anderer Charakter ist. Also... Die Strecke ist halt... So hat mir noch keine Strecke. So... Also... Viel bergauf. Auch so wie hatten wir eben öfters. Dann... Ähm... So... So wie früher Stunker Racing, dass die Strecke so kippt, ne? Also... Finde ich ultra. Also ich konnte... So ein bisschen Brands Head Charme hatte, finde ich. Rechten. Meinst du nicht? Oh... Also ich hab's ja eine Runde jetzt gefahren. Ich kann mich überhaupt nicht anerrennen. Also... Ich mich auch nicht, weil ich die Version auch noch nicht gefahren bin. Nur eine Formel 1, 22 einmal kurz. So, 97 Runden. Es gibt dann eh gleich... Ich schaffte die Runde nicht mehr. Jetzt eh gleich Pause. Ich mach' immer so Stints. Ich mach' immer so... 10 bis 20 Stunden. Da war' ich wieder 2, 3 Minuten Pause. Oder sogar 5. Und der Lexer hat einen Timer von 8 Stunden. Das ist minimalste Fahrzeit von mir. Was ich am Tag machen muss. Minimal. Wie gestern... ähm... Dubstep meinte... Ich soll mich ja nicht ärgern, weil er fährt seit 10 Jahren. Das Ganze. Und das Kommen mit der Zeit ist... Da hab' ich gesagt... Du... Ich hab' keine Zeit. Ich hab' vielleicht... Wenn überhaupt noch ein Jahr Zeit das Ganze zu machen. Dann ist es bei mir sowieso dann hinüber. Wenn es so weiter geht. Das Tolle finde ich ja, dass die... Dass die... Dubstep meinte seine... Freunde hab' ich glaub' schon mal erzählt, dass die auch einen Anfänger haben, der neu anfängt. Indem sie das Fahren grad' komplett beibringen. Aber es ist halt so krass, wenn um dich herum... Keine Ahnung, du hast halt deine 5, 6 Freunde, die als Profis hin und die setzen alles dran, dass du halt fahren kannst. Die zeigen dir alle Linien, alle Videos, alle Setups und machen sie dir. Die zeigen dir das Fahren, Gas geben, links, rechts, alles und dann musst du nur noch fahren. Schon krass. Wie viel Progress der dann macht mit sowas. So einer Betreuung. Will ich auch. Technik. Willst du meine Betreuung? Das ist für den Pfleger. Ja, genau. Du kriegst halt Auto hingestellt, Setup hingestellt, was weiß ich. Sie reden halt mit dir über jede einzelne Kurve über alles und dann geht's los. Okay, der Stint, den Stint hab' ich geschafft. Aber ich muss gleich noch ein Video im allgemeinen Racing-Channel posten. Ich hab nämlich gestern an Xcentran gedacht. Ach du Scheiße. Wo ich ihn ja gerade sehe. Du hast ein Xcentran gedacht. Scheiß Tag gehabt oder was? Haha. Ist total heftig. Ich hab' jetzt mein Headset dran. Wenn ihr sprecht und so hör' ich alles, ne? Du bist recht leise. Ja, ich hab' mich halt zurückgelehnt. Ich hab' mich halt nur ein Zehntel immer zurückgelehnt. Ich muss immer davor das Mikrofon. Ich hab' ähm... Ich hab' jetzt, äh, Jens, wegen den Höhen und Tiefen, weil wir schon mal drüber gesprochen haben. Ja. Weil ich gesagt hab', dass gar keine Tiefen übers Headset gehen. Null. Ähm, wenn ich meine IN-E so ein, an, äh, reinsetze, so vom, dieses, die durch den Verstärker gehen, höre ich den Mutter, das Mutter-Greisch. Wenn ich jetzt beim Bluetooth reinstecke, höre ich das gar nicht. Überhaupt nicht. Es ist einfach kein Ton da, weil das nimmt so überhaupt nicht auf. Total krass. Das ist, das ist Wahnsinn. Was ist... Ich jetzt das hier reinsetze? Vielleicht hat das Bluetooth am Computer und am Headset unterschiedliche Versionsnummer. Boah. Also ich sag' mal, wenn dein Headset zum Beispiel Bluetooth 5.0 hat und der Computer nur 4.0, kann's sein, dass da eine beschränkte Wiedergabe ist. Aber gar nicht, ist krass, Mann. Ich, 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 ich hab' jetzt, rechts hab' ich, ähm, Kabel, links hab' ich, ähm, Bluetooth. Und ich hör' den Motor halt gar nicht. Überhaupt nicht. Mit Kabel hör' ich... Und ich seh' auch, dass im OBS das so ausschlägt. Ich find' Bluetooth ist generell für Gaming auch nicht besonders gut geeignet. Ach so, warte, ich hab' gerade umgeschaltet. Oder hast du nur das Mikrofon da drüber? Ich hab' gerade umgeschaltet in der Modi auf dem Bluetooth. Jetzt hör' ich den Motor auch, alles gut. Hast du nur das Mikrofon da drüber oder auch Audio? Ich hab' nur Audio. Nur, nur, ähm, Bluetooth in hier. Mehr nicht. Ähm... Okay. Nur ein Ding. Und das geht mit der Latenz und so? Ne, das ist eine Sekunde verzögert. Aber deswegen nutze ich's ja auch nicht beim Fahren, sondern nur, wenn ich kurz aufstehe und was trinken muss oder so, weißt du? Okay. Bei GT3 wär's okay, man könnte damit fahren. Man muss nicht so schnell schalten. Je nach Auto oder so. Und jetzt hör' ich's halt auch. Ich hab' ähm... Einfach den Modi geändert, aber es ist trotzdem nicht so krass. Warte kurz um. Damit ihr mich hört, unterwegs. Eieieie. Ja, Technik. Ist denn... Ist denn Server jetzt ein DM-Server oder was? Bist du wieder AFK? Jens, du hörst mich, oder? Achso, nie! Jetzt hat. Bei euch auch. Ähm... Technik, ist dein... Ist dein Ding jetzt ein... Dein Server jetzt ein DM-Server oder was? Ähm... Jetzt zuletzt hab' ich, äh... Mal ein, äh... Ein DM-Template gemacht, ja. Ja. Aber... Nicht zwangsläufig. Ja, weil ich wollte es ja auch morgen übermorgen machen, aber sicher... Muss ich mir den Scheiß ja auch holen. Ja, musst du nicht. Also, das ist schon krass mit den Fahrzeugen. Das ist ganz was anderes. Da gehört ganz viel Beherrschung dazu. Was das Gaspedal angeht. Hab' ich. Du sprichst genau mich an. Mhm. Mhm. Ne, im Moment läuft da der S-Tracker und der KissMyRank mit dem Money-Mod. Mhm. Und, äh... Ja. Obwohl jetzt gerade läuft nichts, ich hab' das wieder beendet, weil ich den AI-Server gerade eben hatte. Mhm. Das ist was anderes. Ja. Und ist noch ganz frühe... Ja. ...Alpha-Phase. Mhm. Schade, weil eigentlich die AI im Spiel ja drin ist, weißt du. So. Hälfte vom Pensum hab' ich geschafft heute mit Rennen. Ja, ging ja schnell. Ja. Ich komm' gleich auf die 100 Runden nach kurzer Pause. Ein, zwei Minuten Kraft schöpfen, kurz aufstehen, was trinken und dann geht's weiter. Ja, ich hab' gestern noch alle möglichen Fahrzeuge probiert, äh, Technik. Alle Fahrzeuge, die ich wirklich gehasst habe bei, ähm, Nürburgring. Jaguar, Lexus, Bentley, hab' ich alle probiert und ich fand sie alle okay. Am Anfang wild, aber ich, ich habe sie alle nach viel, vielen Runden fahren können. Und, ich weiß nicht, der Jaguar, der Lexus hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja. Immer so ein bisschen was verstellt, tiefer gemacht, Bremsding verändert, mehr Druck auf die Reifen und so und dann geht's ja dann. War okay? Ja, das sind ja so die Grundsachen, die man machen sollte. Ja. War wirklich okay, sag' ich dir. So kann ich die nächste Fahrzeuge machen, dann bin ich wieder d'accord hier. also hat mich echt überrascht weil ich habe die Autos ja so für sich an diesem ich habe sie immer in Konkurrenz mit der anderen gesehen das eigentlich doof war aber das Auto für sich, die waren alle eigentlich okay so weit ich habe das gelernt, alle sie zu fahren so gut wie es geht und wenn du dich drauf einlässt dann geht das schon und ich habe jedem Auto mindestens eine halbe Stunde Zeit gegeben deswegen hat es auch ein bisschen gedauert noch eine halbe Stunde sind halt schon so je nachdem 15 Runden manche sogar mal mehr Zeit gegeben und nach 15 Runden oder so kann man schon ein bisschen mehr sagen ich war überrascht was für Unterschiede das ist was war das denn jetzt Jens? bei der sehr engen Kurve ist mir das Rig erstmal um halb Meter nach vorne gerutscht und dann habe ich beim Fahren das korrigiert dann aber diese Schikane nicht mehr richtig gekriegt habe dann aber versucht nicht zu viel Zeit zu verlieren dann bin ich gerade gefreut dass ich mal hinterher fahren kann ja können sie irgendwo treffen ein bisschen brauche ich noch das ist echt und wer steht da in der Box ich glaube du bist gerade vor mir undher ich bin ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind gestern ja auch öfters gefahren hintereinander, Jens, ne? War auch witzig. Ja. Ist das Zentran hinter mir? Ja, ne? Ja, total. Ich fahr um mein Leben. Dann ist RIP. Im Zentran erst verpasst das. Erstmal spüre ich ein bisschen Staub entgegen. Ich finde nicht, dass wir uns verbessern sollten. Und Zentran sollte mal ein paar Tüchter reingehen. Auf die Steam halt, die, wa? Ja, ein bisschen Ballast. Oh oh, ich glaube, er ist wegen mir ausgerutscht. Ich glaube dem... Also ich glaube, es ist genug Ballast für ihn, dass er mit solchen Leuten am Server fahren muss. Weißt du, wie ich mein? Ja. Ja. Das ist Belastung und Belast genug. Oh, warte, wer ist das von mir? Mal abchecken. Ja. Okay, ich komme nicht an. Ja. Das Zentran ist vor dir. 2,3 Sekunden. Ne, 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 ist schon vorbei. Schau, dass auf der Minimap die Namen nicht angezeigt, ne? Im Server tut er das? Ja, ja, ja. Aber du musst dir auch einfach mal die Relatives anzeigen lassen. Also stieß genau da, wer vor, wenn hinter dir ist. Wie Sekunden. Relative Zeit, wie genau wer da ist, vor dir hinter dir. Heißt das so blau, gelb und grün und sowas? Denk schon. Ich hab hier halt nur... Ich hab noch eine andere Anzeige. Bei mir steht da genau, wer wo ist und wie weit wir voneinander entfernt sind. Technisch vor mir 14,2 Sekunden. Das Zentran ist hinter mir 22,3 und du bist hinter mir 70,5. Ich war schon fast davor Technik heute umzustellen aufs Lenk, aufs GW3. Aber ich hab's doch gelassen. Das heißt, ich bin jetzt 6 Sekunden vor Technik. Ich glaub das stimmt. Du bist doch da jetzt kommen. Ja, 6,8 Sekunden. Noch, wenn ich keinen Fehler mache. 12,2 ist er vor mir. Technik. Ja, hier kannst du übrigens fast gerade rüber so. Zack. Und hier kannst du einen dritten schalten und dann fast vollgas geben. Nur mal kurz mal ein bisschen von Gas geben. Oh. Ey. Die hab ich selber grad gepinnt. Und die kann man glaub ich ziemlich eng sehr gut nehmen. Und die hier, das ist meine Hasskurve. Die hab ich nicht raus. Da weiß ich bis heute nicht wie ich die fahren soll. Die ist bisher noch kein Problem gewesen, weil ich davor die Kurve immer verkackt habe. Okay. Ja und die hier ist ziemlich easy. Bei 100 steigst du auf dem Tacho. Zweiter Gang. Reinbrettern. Ein bisschen Gas geben. Bremsen. Erster Gang. Einlenken. Gas geben. Erester Gang. Hier gehe ich wieder dritte Gang. Auch wenn ich es auch gerade verkackt habe. Hier bretet man im vierten durch. Schaltet jetzt im fünften hoch. Ja gut, es ist ein bisschen unterschiedlich vom Autos zu Autos. Hier und gib ihn. Hier kann man quasi bei der Linie bremieren. Ich sehe euch. Komm langsam ran. Kann ich 6 Uhr mitfahren. Ah, da ist der Technik. Moin. Mal fahren mal entspannt hier. Keine Glocke. Ah, ich warte auf dich. Ah, ich warte auf dich. Ah, geht das. Rennst. Jetzt kommt die Kolonne. Mit dieser Kurve kann man tierisch geil eindrehen so. Ich hab mein Erster jetzt gespannt, wie wir das hinkriegen hier. Das dynamische Trio. Ja, ihr könnt vorbeifahren, weil ich hab grad die Banne geknitscht hab. Ich find das hier grenzwertig hier. Du so schnell bist, oh Gott, ja, okay. Okay, alles gut, genau so. Achso, da hast du dich gewartet. Ich auch. Ja, wie jetzt? Ja, jetzt bist du allein. Na gut. Du bist ja eh da, Techno am Rauchen, oder? Ja. Nur Jens geht ja in die Kitchen. Ich muss versuchen, dem Jens beizubringen mit einer AFK-G, dass ich jemand zuschauen soll. Habe ich nicht geschafft. Aber noch nicht. Joa, ist ne nette Strecke. Kann man machen. Aber krass, wie schief das hier ist. Und vorhin der Nächte wird bei mir nie wirklich warm. Es ist immer kalt. Vorhin der Nächte. Ja, ich hab ja mal so ein Setup-Video gesehen. Da sagte dann jemand, ja, das kann man alles einstellen und so. Aber man soll sich auch nicht zu verrückt machen. Naja, was heißt zu verrückt? Du kannst ein Auto, was nicht fahrbar ist, fahrbar machen und konkurrenzfähig machen. Weißt du? Also du kannst, keine Ahnung, du kannst nicht nur eine Sekunde rausholen. Du kannst drei und mehr Sekunden rausholen, wenn du das Setup machst. Weil dann fühlst du dich halt wohl. Hast vielleicht mehr Grip oder was auch immer. Bremst später, gibst früher Gas. Und dann holst du wirklich ne Menge Zeit raus. Je nach Auto halt, weißt du? Das habe ich gestern noch gemerkt. Also ich habe gestern viel rumgespielt. Ich habe eigentlich ein Auto, was ein gutes Setup hatte, nochmal rumgespielt. Ich habe es noch tiefer gemacht. Was tieferlegen ist. Ja, du Schatz. Ich habe halt jetzt nicht so die Unterschiede gemerkt. Ich dachte, das war okay. Ich fängt dann irgendwann wieder an zu rutschen. Bisschen rumgespielt. Aber mit dem Differential und sowas. Anscheinend auch irgendwie Standard. Habe ich noch nie gebastelt. Weißt du gar nicht, was das ist. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich bin voll die Hitze bei oben. Das war so heiß wieder. Es ist ja so krass, dass wenn ich bei mir zumache, ob PC-Raum oder nicht, es sofort wieder 30 Grad ist. Ich habe hier bei mir Fliesen und Wände und alles, was ja jeder Mensch in der Wohnung hat. Normalerweise sind die Fliesen so kalt, dass du barfuß nicht gehen kannst. Gar nicht. Aber sie sind einfach warm. Und die Wände sind auch warm. Alles ist warm. Und wenn du es zumachst, das Fenster und keine, egal ob jetzt Frischluft oder warme Luft reinkommt, es ist einfach, es wird sofort warm. Also die Fliesen sind normalerweise so kalt, du kannst halt, du holst hier Frostschock, wenn du auf diese Fliesen barfuß gehst. Aber sie sind so warm. Und das dauert halt bis das kalt wird alles. Das kann nicht einfach nur so nachts ein bisschen Grad weniger sein, sondern es muss halt tagelang kalt sein. Dann sind die Wände wieder kalt. Die Fliesen sind kalt. Und dann bleibt die Temperatur auch wendig, wenn es... Vigilator anmachen. Jo. 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 ... und auf fünf Minuten. Der Sektor ist gut. Schafft es da nicht, was rauszuholen da? Vorletzte Kurve ist sonst einfach kurz drauf in die letzte, drittletzte, keine Ahnung. Irgendeine halt. Auf jeden Fall wollte ich ja sagen, dass es bei mir nicht mehr kalt wird, weil alles so heiß ist. Das ist krass. Ja, ich wüsste mir jetzt auch gerade, aber ich glaube, es liegt nicht an der Wärme draußen, sondern einfach nur, ich weiß nicht, was ist der Teiches Bestellessen gewesen, das scheiß Bestellessen. Oh. Der Kitzel ist ja im Darm so ein bisschen, dann wird der warm. Schon wieder bestellt, oder was? Ja. Ist das aus dem, ähm, ist das in der Nähe bei dir? Ist das weit weg? Hier ist alles in der Nähe. Okay, das ist schön. Ich kann ja wirklich von allem. Aber das einzige, was fehlt, ist, dass ich Burger King bestellen kann. Das kenne ich auch nicht, weil Burger King ist. Es sind nicht so viele und sie sind weiter weg. Ich merke, hier habe ich alles da, aber Burger King ist nicht so nah. Aber es muss jetzt auch wieder weniger werden. Das war jetzt eine Woche mal. Es ist, äh, es geht zu sehr ins Geld. Ja, na klar, deswegen frage ich ja. Und die Qualität. Also, ich koche eigentlich auch ganz gerne selber, aber... Ich habe ziemlich... Ähm... Ja? Ziemlich viel gefahren bin ich mit dir. Ich habe ja gesagt, das muss jetzt auch irgendwann wieder ein bisschen weniger, aber das wird irgendwann wieder ein bisschen weniger werden. Mhm. Aber es schiebt nicht alles nur auf mich jetzt. Nee, tue ich nicht. Hat mit dir nix... Also, ja, schon was. Ja, warte denn jetzt. Damit es Spaß macht, dass wir hier zusammen fahren, auf jeden Fall. Oh, hat er einen Ärger bekommen? Nein, nein. Ganz fair. Ja. Die Zeit. Du kennst ja selber. Nenn ich's. Und man hat ja viele Sachen, die einen interessieren. Und das kostet halt auch immer alles Zeit. Und wenn man halt in der eine Sache viel Zeit steckt, dann bleiben die anderen auf der Stocke. Ja. Ich hatte ja gemeint, weil er gemeint hat, dass er ich nicht bestellt habe. Ich habe ja gemeint, schon wieder. Hätte ich gar nicht fragen sollen. Jetzt fragen sie, was hast du denn bestellt? Aber die Zeit ändern sich. Sowieso. 0,0 meine Zeit jetzt. Also. Also. Ich sag's euch wie es ist. Ich krieg das nicht besser hin mehr mit der Zeit. Das ist mein aktuelles Skill-Ding. Es geht nicht mehr besser hin. Außer man sagt mir, die Kurve musst du vielleicht anders fahren. Aber ich krieg das so nicht besser hin. Und das kann ich ja nach 113 Stunden sagen, oder? Nach 110. Ja, wir haben ja noch 162 Stunden Zeit. Ist ja kein Problem. Aber morgen nächste Strecke reicht schon wieder. Ne. Sonntag dann. Sonntag dann. Sonntag nächste. Ich bin jetzt 108 Runden gefahren, okay. Der Jens 71, Technik 14 und Xenth an verschiedene Autos. Wie viel? 71? Psch. So. Steht ja. Warte, ich weiß nicht. Bei mir steht ja 18. Bei dir stehen. 71. Ja. Nach dem Relog halt. Bis zu 18. Ja. Ich hab auch nur 13. Ich dachte mir, Technik, wir machen wieder so ein Programm. So wie eine AMS 2. Halbe Stunde Volley. Sonst muss man rennen. Einfach nächste Strecke, die Strecke. Und auch Strecke, die uns komplett unbekannt sind. Damit wir komplett wild sind. Ich fand das super geil. Boah. Weil vor einer gemeint ist, zockt ja keine AMS. Das ist total beschissen. Hab ich gesagt. Wenn das Spiel nicht wäre, wäre ich jetzt nicht beim Racing hier. Das war das Beste von Anfang. Das ist immer eine Schmackssache. Mein Gott. Und wenn du, keine Ahnung. Und wenn du Bock auf Pragmania hast. Spiels halt gern. Pragmania. Oder Wipeout. Das ist halt. Schmackssache. Und man kann ruhig jemand sagen. Das ist scheiße. Das stört mich ja nicht. Ich sag ja nur. Stört mich ja nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe es schon. Ich habe es letztens probiert. Es ist halt schon sehr sehr komisch jetzt. Weil wir das jetzt gewöhnt haben. Aber es war zu der Zeit das perfekte Spiel muss ich sagen. Für den Einstieg. Oder für den Wiedereinstieg. Das hat mir jetzt auch tierisch Spaß gemacht. War ultra. Ja. Jetzt bin ich halt. Habe ich gestern schon Gensocare gesagt. Oder dir vielleicht auch schon vorgestern. Ich bin jetzt mittlerweile schon so weit. Dass ich aus diesem Ding hinaus bin. Weil hier fünf Jahre lang nicht gefahren blau blau. Und so habe ich mich gefreut. Und so. Ich bin jetzt schon drüber hinweg. Dass ich jetzt einfach nur fahren möchte. Und versuche irgendwie. So viel wie möglich mitzunehmen. An XP. Mit Strecke. Mit Autos. Mit allem. Und das auch ein bisschen. Ernster sehen möchte. Nicht nur Blödsinn machen. Weißt du. Ernster heißt. Also ich versuche mich einfach zu verbessern. Wie bis jetzt. Und. Dadurch kommt dann auch der andere Art von Spaß. Weißt du. Aber trotzdem ist es einfach geil sich hinzusetzen. Du weißt was ich meine. Dann kommt sicherlich auch die Frustration. Und. Genau. Das wird dann mehr. Das ist auf jeden Fall. Das kommt. Aber. Muss ja. Alles aber. Ist doch normal. Aber. Ich bin willig zu lernen. Und willig besser zu werden. Für gute Zeit geht. Und jede Strecke finde ich. Bring mich weiter. Besonders auch mit diesem ganzen Setup Gedönse. Ja das ist halt was. Das muss man sich auch mal angucken. Und sich beschäftigen. Ein bisschen. Zeit investieren. Ja klar. Ähm. Du kannst ja trotzdem. Nicht so guile Setups basteln. Wie jemand das nur macht. Naja. Am Anfang nicht. Ja. Niemals. Wieder mal am Ende. Ja. Und wann. Es gibt ja wirklich Talente. Gestern kam jemand. Der hat gefragt. Ob ich einen Mechaniker habe. Der für mich Setups bastelt. Ich hab gesagt. Ne. Wäre nice. Aber hab ich nicht. Nein. Weiß ja. Wirklich. Viele andere. Weil. Ich schalte immer hin und her. Bei den Streamern. Und die haben einfach Leute. Die basteln für die Setups. Und fertig. Passt sie einfach an. Dann probier mal. Ich hab ja noch ein bisschen was besser gemacht. Ist krass. Sag ich dir. Richtige Genies dann. Brutal. 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 Aber ist das okay. Wir gehen den steilen Weg. Ja. Es gibt auch Leute. Die fahren die Fahrzeuge nicht. Ja. Hab ich schon mal gelesen. Wo Olli meinte. Äh genau. Olli hat. War jetzt der letzte Star war mal. Er hat ja mit ACC. Hat er gesagt. Auch nicht so das Problem war. Aber er hat halt nicht angefangen. Weil er jetzt einfach zu komplex ist. Hat er gemeint. Er will jetzt nicht auch noch Mechaniker werden. Er will einfach fahren. So wie ich es immer sage. Weißt du. Das ist einfach zu tiefgängig das Ganze. Ist einfach nochmal ein Tick schlimmer als das hier. Ja. Dann habe ich gesagt. Genau das fühle ich. Ich möchte fahren. Und fertig. Wenn jemand Bock hat auf Setups. Soll er Setups basteln. Ich will fahren. Ich bin kein Mechaniker. Ich bin kein Mechatroniker. Ich will fahren. Es kommt da wirklich welche. Die haben wirklich Bock auf sowas. Ich dachte du bist ausgehör. Das heißt KFZ Mechaniker. Na ja. Ich habe das jetzt ein bisschen äh moderner gemacht. Ich kann. Weil jetzt vor kurzem oder vor kurzem vor. 5 oder 10 Jahren erfahren habe. Das ist jetzt geheißen. Da gibt es kein KFZ Mechaniker. Das ist Mechatroniker jetzt. Auch gedacht okay. Ja. Mein Onkel ist noch KFZ Mechaniker. Das sind doch die richtigen oder? Die haben noch wirklich Öl und so. Auf den Händen und auf den Nazi. Wie jemand so sagt. Das sind doch solche. Die haben immer schwarze Fingernägel ja. Perfekt. So muss das sein. Das ist wahre Leben. Ja ist ja heute so. Dass die Autos ohne. Ja ohne Technik wollte ich sagen. Ohne. Ohne Elektrik. Nix mehr können. Großartig. Ohne Computer. Tschau. Ja jetzt musst du schon kein Holz betauen. Jetzt musst du schon kein Holz betauen. Mhm. Ja Laptop anfließen kann doch jeder über. Über serielles Kabel. Äh ähnlich schon wieder Technik. Ich hab mal so Druck gemacht. Ich hab nicht. Ich bin einfach hinter dir gefahren. Ich. Ich hab nicht überholen wollen. Nichts hinter dir fahren. Ich bin. Bin noch nicht. Noch nicht fit in der Strecke. Und ich suche schon einen Spielgefährten. Weißt du. James am besten. Ich bin an der Wand. Weißt du wie immer. Ohhhhhhh. Ohhhhhhh. Bei TJ geht das Spiel irgendwie nicht. Er hat irgendwas gemacht. Er muss nochmal alles neu installieren. Keine Ahnung. Er kam erstmal rein. War ja alles Roger. Irgendwie. Und dann. Ähm. War. Das Spiel nicht in Vollwild. Und dann ging er nochmal raus. Dann kam er gar nicht mehr rein. Wegen bisschen Content. Und dann war irgendwie alles weg bei ihm. Keine Ahnung. Oder was er gemacht hat. Einfach. Schätz mal. Gefettfingert. Man kennt's. Das sind die LOL-Spieler. Weißt du. Drück einfach. Tasten ohne Ende. Einfach ohne Sinn. Ja. 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 zunimmt um, weiß ich nicht, weniger arbeiten zu müssen oder so. Ja, das klingt nach humor, ja. Und dann geht's nämlich gut, weil er die ganze Zeit so ungesunden Kram frisst und einen Herzanfall oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, ob er sowas kriegt. Und den Notruf wählen will und die Finger sind halt zu dick. Und dann kommt die Meldung an dem Telefon. Folgen kenn ich auch. Ist aber gut, mir geht das dann, oder? Passt doch. Wie das manchmal vibriert hier. Kannst du dir nicht vorstellen. Also bergauf ist vor Streetback sehr wild, finde ich. Euch auch. Ja. Du merkst das richtig schön, wie der Wagen sich da reinklemmt. Und finde ich gut. Und ich hab Xenten auch mal das gesagt, was ich immer gemeinte. Bergsteigen. Ich hab gemeint, ob der Gestecken kreierer nicht Bergsteiger war. Ich vermag das. So extrem die Kurve, kenn ich glaube ich auch nicht. Ich bin gerade in den Niederlanden, ne? Ich hab gesagt, du warst Quack. Wir sind hier in Dutch. Dutch. Ich crown mich mit dem Niederlust und knack mich direkt. Ich baskere Anيnen auf Deutsch. Ich bin Kapitän und hab' geschraubt. Und oder? Ich spreche Einige- ich mache schmerzen, oder? Ich hab' bis nicht lassen und nicht siihen. Noch nur ein bisschen. Egal. Progress ist da. Ich habe von einer gefragt, ob ich für Liga denn trainiere. Ich habe gesagt, nö. Ich mache das nur so. Um einfach ein bisschen Fahr zu fahren und Skill zu kriegen. Ich glaube, es tut es halt immer schlecht, wenn wir da alle Strecke irgendwann kennen. Also jede Strecke ist ein bis zwei Tage üben. Falls ihr dann doch irgendwann mal mehr fahren wollt, vielleicht in irgendwelchen Liegen oder in irgendwelchen Leuten, dann habt ihr da schon, was ihr nicht ganz unbekannt habt, was das angeht. Oder ihr, die Strecke oder die Autos außer sich. Na ja, ich weiß nicht. Das muss ja keine Liga sein, aber... Dann habt ihr schon das so mitbekommen, das Ganze. Die Strecke, verschiedene Autos. Wenn es bei mir halt irgendwann mal nicht mehr klappt. Gez, Jens. 0,1 verbessert. Ich möchte ein tolles Erd hinterlassen, hier. Die, die mitgefahren sind, hier. Wenn es ein strafes Programm ist, es ist, äh... es will. Bringt schon was. Okay, wie habe ich jetzt in der Kurve 0,2? Irgendwie erinnert mich, dass die Strecke schon mal gefahren bin, aber nicht so. Diese eine Kurve war schon... Gab es, aber dann endete die in doppel... in doppeler rechts. Irgendwann gab es schon mal Holland in Formel 1 und dann... muss man mit Brent Thatcher wechseln anscheinend. Ich bin schon mal diese Kurve gefahren, dann ging es dann bergab und dann endete es in so einer Doppler rechts. Und dann gehört außen dann so eine Schikane und dann links hoch den Berg. Ne, rechts hoch den Berg. Ich weiß nicht, was das für eine Strecke war. Teile sind hier aber schon auch drin. Haben sie so verändert hier? Ich könnte die Strecke ja sogar aufmalen. Die andere. Dann ist das Dint ins Ende 3,4 rum, okay. Ich steiß mal ein bisschen schon hier. Ich mach mal kurz an, dass ich jetzt... Ah. Okay. Das meinte Technik, so ein 6 Stunden Rennen? Machst du mit? Mit Fahrerwechsel? Ne. Heute? Na, nicht jetzt. Warum mit Fahrerwechsel? Ich soll mich denn wechseln lassen. Hier wird zwei. Ha. Jeder fährt... Ja, so drei Stints oder so. Jeder fährt so eine Stunde. Und dann wieder wechseln. Wo? Wie wo? Auf der Straße im Auto? Wie wo? Ha? Ja, warum? Äh. Erstmal nicht. Erstmal... Nicht jetzt. Irgendwann in Zukunft. Ja, wenn du nicht mehr bist oder was? Soll ich eine KI nachdem wir nennen? Hä? Nee. Nee. Dass man so ein Event macht, dass wir halt dann Fahrerwechsel machen. So macht man das ja bei so Events. Sechs Stunden fährt ja keiner sechs Stunden. Fährt halt dann... Und zwei, drei Leute halt, die immer so wechseln sich ab. Jede Stunde. Fährt ein anderer. Das meinte ich. Ja, können wir mal versuchen. Aber... So. Ist natürlich auch... ...noch ein größerer Druck, ne? Ist doch scheinbar. Aber das müssen wir auch mal mitgemacht haben, oder? Du brauchst eh drei Leute. Jens muss auch der Weiser. Ich fahr mit Dave. Nee, der hat ja schon so ein... Das... Dann macht er fünf Stunden 15, du machst zehn Minuten. Fahr ich mit dem fahren, auch gut. So fährt er... Ja, Xenzen und Dave in deinem Team. Das ist ja fair. Oder nicht. Ich sehe das schon kommen. Wir müssen Streichholz ziehen. Ach, nö. Ich will ungefähr die gleiche, gleiche wertigen Leute haben. In meinem Team. Also, ich will da... Ich will da keiner, der... ...so gut ist. Macht doch... Ist ja auch schwierig, weil es möchte ja keinem aufhalten, wenn einer zu gut ist. Dann ist er ja... Möchte ich ja nicht... Wenn ich vier Sekunden langsamer bin, als... ...als jemand, dann will ich nicht in seinem Team sein. Weil bringt ja nichts. Mit ihm nichts, bringen wir nichts. Ich bin frustriert und er ist halt damit dann langsamer. Das soll ungefähr gleich sein so, weißt du? Darum geht's ja. Das ist ja sowas, aber man mitmachen. Dann schauen wir mal eine Woche vorher, was die Strecke ist, das Auto ist. Oder üben wir einfach mal? Tomen wir mal aus, was in der Strecke vorne üben ist. Ja, aber... Was meine ich? Wo oder...